Moin Leute, Lidl und Netto Balkonkraftwerke zum extrem niedrigen Preis, aber was taugen die Dinger? Zusammen mit Professor Krauter der Uni Paderborn habe ich die aktuellen Lidl und Netto Kraftwerke getestet und zeige euch heute die ziemlich bedenklichen Ergebnisse, leider. Jo, fangen wir mit dem Netto-Ding an, denn damit sind wir relativ schnell durch. Professor Krauter hatte den bisher ausgelieferten WVC-600-Wechselrichter nämlich schon zweimal getestet zu verschiedenen Zeitpunkten. Vielen Dank an den Zuschauer, der uns ein Gerät zum Testen zur Verfügung gestellt hat. Tja, und bei der Messung kam raus NA, also not available, weil beide Wechselrichter funktionierten nicht durchgängig, hatten also Ausfälle. Professor Krauter war also quasi nicht in der Lage, die zu testen. Ja, es kommt sogar noch besser, denn vor zwei Wochen war ich als Experte bei einer Stern-TV-Folge zu Balkonkraftwerken eingeladen. Dort haben wir einem jungen Paar das Netto-Kraftwerk eingebaut und am Anfang lief auch alles wunderbar. Allerdings gab es hier nach einem Tag auch eher die ersten Probleme und Ausfälle. Ich konnte die jetzt zwar nicht selber sehen, habe die also nur berichtet bekommen, trotzdem möchte ich das an euch weitertragen. Ansonsten war der Dreh mega cool und die beiden können den Wechselrichter ja auch gegen ein besseres Modell austauschen. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Drama und was man auch dazu sagen muss, dass ich zunehmend Berichte bekommen habe, dass die Netto-Geräte, also dieser WVC-Wechselrichter, der dabei ist, gegen Dai-Wechselrichter oder Dai, keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden, dass die auf jeden Fall damit ausgeliefert werden und die sind tatsächlich ganz gut. Ob das jetzt aber normal ist und wie ihr das sicherstellen könnt, dass der richtige Wechselrichter da drin ist, keine Ahnung. Also vielleicht könnt ihr vorher mal reinsehen oder zum Zweifel zurückschicken. Wenn es dieser WVC ist, kann ich persönlich davon nur abraten. Nur zur Info, in unserem bisherigen Test waren die Wechselrichter von Heumalz ziemlich gut, was den Wirkungsgrad angeht, den Preis, aber auch sonst halt wirklich bisher kaum Negatives darüber gehört. Bei Amazon kriegt man die Dinger zum Beispiel momentan für 164 Euro, Link ist unten zu finden. Also das ist halt eigentlich echt bezahlbar. Ja, Preis und Werbung. Auch wenn der Wechselrichter von Netto bei uns jetzt zwar nicht funktioniert hat, zumindest mit diesem WVC-Wechselrichter, so war der Preis immer noch relativ günstig. Also wenn man diesen Dai-Wechselrichter kriegt, ist es nicht so schlecht. Man sollte jetzt da aber bedenken, dass gar keine Halterung dabei war. Also der Preis war nicht nur ein Komplettpreis, sondern eine ordentliche Halterung liegt auch bei gut 50 bis 100 Euro. Je nachdem, wie kompliziert die Befestigung auch bei euch ist. Okay, wie viel spart man denn jetzt eigentlich damit? Also gucken wir uns das einfach mal an. Schauen wir mal bei Netto und bei Lidl vorbei und sehen mal, was die dort angeben. Bei Netto könnt ihr sehen, steht jetzt genau das. Also 360 Euro im Durchschnitt pro Jahr bei einer Leistung von 880 Kilowattstunden und einem Arbeitspreis von 40 Cent. Tja, das sind eine Menge Fehler in einem Satz. Fangen wir mal an. Fehler 1. 360 Euro Durchschnitt pro Jahr. Ich habe es mal nachgerechnet mit unserem kostenlosen PV-Tool und ich komme auf 158 Euro im Jahr und das erscheint mir auch deutlich realistischer zu sein. Was immer noch echt gut ist. So ein Ding amortisiert sich in der Regel jetzt nicht nach zwei Jahren, sondern es dauert eher so 4 bis 5. Je nachdem, wenn ihr für Schattungen habt, vielleicht auch ein bisschen länger. Aber in der Regel rechnet sich das irgendwann. Okay, aber ist ja auch nur doppelt so hoch ungefähr. Sogar ein bisschen mehr. Fehler 2. Leistung von 880 Kilowattstunden im Durchschnitt pro Jahr. Ja, die Kilowattstunden sind jetzt erstmal gar keine Leistung, sondern die erzeugte Energie. Also das ist schon mal irgendwie scheiße. Und Leistung wird in Watt gemessen. Nur so kurz zur Info. Aber gut, das passiert häufig. Der Fehler ist nicht so dramatisch, aber ist halt einfach falsch. Was mich jetzt eher stört, das sind die 880 Kilowattstunden. Schauen wir mal an, was wir ausgerechnet haben. Und ich komme auf 658 Kilowattstunden und davon würde ich gerade mal 528 selbst benutzen, denn der Rest würde kostenlos ins Netz gehen. Bei einem Standardlastprofil. Das kann je nachdem ein bisschen besser oder auch ein bisschen schlechter bei euch sein. Je nachdem, wann ihr wie viel verbraucht am Tag. Also wenn ihr zum Beispiel mittags viel verbraucht, dann ist es vielleicht besser. Wenn nicht, dann vielleicht sogar schlechter. Fehler 3. Der Arbeitspreis von 40 Cent, der stimmt einfach nicht. Also der Preis liegt seit Mai deutlich unter 40 Cent. Momentan sogar eher bei 30 Cent. Also das ist, glaube ich, auch nicht ganz realistisch momentan. Also die 40 Cent haben die wahrscheinlich einfach genommen wegen dieser Strompreisbremse. Aber das ist halt einfach auch irgendwie momentan kein sinnvoller Wert. Aber okay, was soll's. Was wir hier sehen können, ist aber, dass halt einfach zu hohe Erwartungen geschürt werden. Und das finde ich halt nicht gut, weil die Leute am Ende dadurch nur enttäuscht werden. Und ich finde auch realistische Zahlen sind ja ganz gut. Also realistisch sind wir hier eher im Bereich von 150 Euro Ersparnis im Jahr. Vielleicht 200, wenn der Preis nochmal steigen sollte. Also der Strompreis. Es ist aber sehr schwer zu sagen. Es ist halt alles stark abhängig vom Winkel, von der Ausrichtung, von der Effizienz des Wechselrichters. Natürlich auch vom Strompreis, von der Verschattung und natürlich von eurem Verbrauchsprofil. Wenn ihr zum Beispiel wenig Grundlast habt, wie Kühlschränke, Router und so ein Kram, die halt dauerhaft laufen. Und ihr kaum zu Hause seid, dann kann der Ertrag auch schlechter sein. Okay, gucken wir bei Lidl rein. Die formulieren ein bisschen schwammiger, wie ihr hier sehen könnt. Da steht nur irgendwie auf der Homepage bis zu 100 Kilowattstunden im Jahr mit einem 150-Watt-Modul. Und der Wechselrichter kann maximal 300 Watt. Das heißt, ich könnte noch so ein 150-Watt-Modul dran packen. Das ist insgesamt trotzdem sehr wenig, denn Standards sind im Moment 600 Watt und bald vermutlich 800 Watt. Also ich denke, dass wir mit unserer Petition da auf offene Ohren gestoßen sind und es auch hoffentlich bald umgesetzt wird. Aber okay, wenn man wenig Platz hat, dann geht das auch klar. Also dann ist auch vielleicht ein 150-Watt-Modul ganz okay. 200 Euro ist natürlich auch einfach günstig, muss man auch fairerweise sagen. So, wir haben das nachgerechnet. Auf wie viel komme ich? Die haben gesagt 100 Kilowattstunden und ich komme sogar auf 121 Kilowattstunden. Und das ist sogar mehr, als die angegeben haben. Also das scheint mir aus meiner Perspektive fair zu sein. Jetzt aber noch der Haken an der ganzen Sache und das ist diese Einspeisesteckdose. Das beigelegte Kabel ist jetzt kein Schuko-Stecker. Ich müsste also die Steckdose tauschen, die Außensteckdose. Und das heißt in der Regel, da muss ein Elektriker kommen und dann wird es wieder sehr teuer, denke ich. Und vermutlich auch unrentabel. Ein Elektrikerbesuch kostet halt einfach relativ viel Geld. Dabei überhaupt nicht nötig, denn der VDE hat ja bereits angekündigt, dass Schuko-Stecker geduldet werden. Also das war sicherlich keine gute Idee. Jo, Zertifikat und Sicherheit. Bei dem Lidl Parkside-Gerät steht immer noch im Raum, ob der nach VDE-Norm ARN 4105 zertifiziert ist. Was zum Geier ist das denn? Naja, in dieser Norm, da steht jetzt quasi drin, was das Teil elektrisch erfüllen muss, damit es an unser Niederspannungsnetz, also einfach an unsere 230-Volt-Netz, damit es da laufen kann. Und zwar sicher. Die VDE-Zertifikate sind natürlich nie ein Muss. Also man muss es nicht machen. In dem Fall ist es ein bisschen anders, da euer Netzbetreiber, wenn ihr das anschließt und anmeldet, das vermutlich verlangen wird. Also hier würde ich jetzt schon von so einem Semimuss sprechen. Und es ist auch sinnvoll. Also da brauchen wir eigentlich nicht groß drüber zu reden. Da stehen jetzt irgendwie echt Sachen drin, die machen auch durchaus Sinn. Also das ist total okay. So, jetzt ist es halt so, dass wir weder in der Anleitung noch auf dem Gerät noch sonst wo irgendeinen Hinweis darauf finden konnten, dass dieses Zertifikat erfüllt. Und das ist echt ungewöhnlich. Das muss jetzt nicht zwangsweise heißen, dass es nicht zertifiziert ist, aber typischerweise wird sowas vermerkt. Also das ist echt ungewöhnlich. Hier besteht also unsererseits irgendwie eine Riesenunsicherheit. Und ich bitte echt, das nachzuliefern, weil das wäre halt echt ein Problem. Also ich glaube ehrlich gesagt, im Prinzip kann man das Ding dann nicht nutzen. Ja, war mal ganz ehrlich und einfach gesagt. Wir haben auch auf YouTube noch ein paar Videos gefunden, die irgendwie behauptet haben, dass das Gerät über keine Abschaltfunktion verfügt. Also wenn der Stecker rausgezogen wird, sollten die Dinger natürlich sofort spannungsfrei sein oder ziemlich schnell, damit sich zum Beispiel kein Kind verletzen kann. Das heißt, ich ziehe den Stecker raus und dann kann ich dran packen, dann ist die Spannung ziemlich schnell weg und dann passiert nichts. Ja, Professor Krauter und sein Team haben das einfach mal ganz kurz getestet und beim Messen einfach mal ausgeschaltet, also die Spannung weggenommen vom Netz sozusagen und gesehen, was passiert ist. Und das könnt ihr hier kurz sehen. Und jetzt simulieren wir mal gerade dieses Ganze, wenn man das Ganze abschaltet. Hier am Endfeld schaltet es mal ab und man sieht sofort, also geht das Ganze auf Null runter. Also die Abschaltung funktioniert. Man kann sich da jetzt keinen Schlag holen, egal ob man den Stecker aufschraubt berührt oder sonst was. Wir konnten jetzt nicht messen, wie viele Millisekunden der genau gebraucht hat. Also darauf käme es jetzt tatsächlich an. Wir haben aber gesehen, es ging jetzt zumindest relativ schnell. Also die Funktion ist grundsätzlich erstmal da. Es ist jetzt nicht, als wäre die überhaupt nicht gegeben. Ist die Halterung kopiert? Christian Ofenhäusle von machdeinenstrom.de und er war auch mein Partner bei dem Bundestagspetitionsausschuss, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass bei der Halterung von Lidl eine echte Ähnlichkeit zu einem deutschen Hersteller namens Solar Hook da ist. Also zieht euch das mal rein, ihr seht das. Also ich schätze, dass Solar Hook sich das wohl etwas genauer ansehen wird und je nachdem vermutlich auch prüfen wird, inwiefern es sich dabei möglicherweise um Plagiat handeln könnte. Das ist jetzt natürlich nicht mein Feld und auch nicht mein Bier, aber ich wollte es doch schon irgendwie erwähnt haben. Jo, Wirkungsgrad. Wie viel bekommst du eigentlich raus? Das ist extrem wichtig tatsächlich. Ja, das heißt, da kommt irgendwie Energie von den Solarmodulen in den Wechselrichter und natürlich hat der irgendwie Verluste und je nachdem, wie hoch die sind, habt ihr einfach mal 5 bis 10 Prozent weniger an Ertrag. Einfach so, weil das Ding die in Wärme umsetzt und das wollen wir natürlich nicht haben. Oder wir wollen natürlich Geräte haben, die möglichst billig sind und einen hohen Wirkungsgrad haben. Also gucken wir mal rein. Den Netto-Wechselrichter WVC600 konnte Professor Krauter und sein Team aufgrund von Ausfällen einfach nicht messen. Also sagen wir mal hier Wirkungsgrad 0. Nee, Scherz. Also wir wissen es einfach nicht. Wir konnten es nicht testen, weil das Ding einfach nicht funktioniert hat. Wobei ich nochmal erwähnen möchte, dass teilweise auch dieser DAI-Wechselrichter ausgeliefert wurde. Und die sind ziemlich gut. Also ihr könnt jetzt hier zum Beispiel sehen, dieser DAI-TAN GE3600 Watt, der hat einen gemittelten Wirkungsgrad, also gemittelt über verschiedene Lastzustände von 94,5 Prozent. Das ist auch wieder gemessen von Professor Krauter und seinem Team. Und 94,5 Prozent, das ist echt Oberliga. Also da sind wir ganz, ganz weit oben. Darüber sind eigentlich nur noch Envertec und Heumalz. Also das ist schon richtig geil. Also das heißt, wenn dieses Set mit diesem DAI-Wechselrichter ausgeliefert werden würde, was es ja teilweise auch wird, dann ist es gut. Dann ist es ein gutes Set. Also auch echt empfehlenswert. Wie sieht es jetzt mit dem Lidl-Parkside-Wechselrichter aus? Hier sieht ihr die Ergebnisse über verschiedene Lastzustände. Also das heißt, bei weniger als Maximalleistungen, wenn zum Beispiel die Sonne nicht volle Pulle drauf scheint, denn die meiste Zeit bekommen die PV-Module und damit die Wechselrichter eigentlich nicht die volle Leistung zu sehen. Deswegen ist es so wichtig zu schauen, wie die auch bei niedrigerer Leistung performen. Da brechen die teilweise nämlich ganz schön ein. Ihr seht jetzt hier, bei höherer Leistung ist der maximale Wirkungsgrad so bei 90 Prozent und geht dann unter 100 Watt Leistung nach unten. Ist aber jetzt ein relativ normaler Verlauf. Insgesamt kommt der Wechselrichter damit auf einen gemittelten Wirkungsgrad von 89,1 Prozent. Also das ist schon dann eher so Regionalliga, würde ich sagen. Also da sind wir eher so am unteren Ende von den vom Professor Krauter getesteten Wechselrichtern. Lidl gibt jetzt selber an einen Wirkungsgrad, einen gemittelten von 95 Prozent. Das heißt, wir haben 89 gemessen, die haben 95 Prozent angegeben, das sind 6 Prozent daneben. Und jetzt muss man sich mal klar machen, wie viel das eigentlich ist. Bei den besten Wechselrichtern, die Professor Krauter getestet hat, sind das einfach 95 Prozent. Da liegen wir in diesem Bereich. Und 89 Prozent, also die 6 Prozent weniger, da sind wir eher dann bei den schlechtesten. Das heißt halt irgendwie, wir sind dann einfach von der Tabelle mal ganz nach unten gerutscht. Das ist aus der Perspektive, wenn man es so betrachtet, schon echt krass daneben die Schätzung. Zu guter Letzt gab es noch Hinweise darauf aus der Community, dass der Wechselrichter und auch die ausgelieferten PV-Module nicht zusammenpassen. Warum? Ja, jeder Wechselrichter hat so seinen Wohlfühlbereich an Spannung. Wenn die Module in dem sogenannten MPP-T-Spannungsbereich liegen, dann kann er das Maximum da rausholen. Jetzt könnt ihr hier sehen, ich mache es jetzt mal kurz, die passen zusammen. Also auf den Bildern sieht man, der MPP-Spannung der Module, die liegt bei 25 Volt und der Wechselrichter hat einen MPP-Spannungsbereich von 16 bis 35 Volt. Also da passt es schon irgendwie zusammen. Das ist okay. Ja, Fazit. Fragen wir doch Professor Krauthal der Uni Paderborn einfach mal selbst. Stefan, wie war dein Eindruck vom Netto-Balkon-Kraftwerk? Ja, das Netto-Balkon-Kraftwerk, die Module waren sehr gut. Wir hatten allerdings Probleme mit dem Wechselrichter. Der wollte Messungen durchführen. Ein Exemplar hat von vornherein Schwierigkeiten gemacht. Das ging dann nur bis zur halben Leistung. Das Maximum-Powerpoint-Tracking war dabei auch relativ schlecht. Und das zweite Exemplar hat überhaupt nicht funktioniert. Da habe ich auch, wenn man die Kritiken bei Amazon oder so liest, kommt es auch anscheinend öfters vor. Andererseits haben wir jetzt von so einem anderen YouTube-Kanal, Fachwerker, wenn man sagen darf, gesagt, der hat so einen DAI-Wechselrichter dabei gehabt. Der hat bei uns auch ziemlich gut abgeschnitten. Der funktioniert auch gut. Vielleicht wird da das von Netto in zwei Versionen ausgeliefert. Einmal mit diesem No-Name. Bei uns lief der Zeit lang unter den WKV, ist auch in der Liste, mit aufgeführt. Bei 0,0 hat tatsächlich, wir konnten da keine Messungen mehr durchführen, weil er nicht mehr funktioniert hat, irreversibel nicht mehr funktioniert hat. Und der DAI war da im Mittelfeld, beziehungsweise sogar relativ gut. Und wenn der dabei ist, kann man das durchaus empfehlen. Das Lidl-Kraftwerk ist sehr klein mit 150 Watt, kann maximal 300 Watt. Also hier sind wir wirklich eher so im niedrigeren Bereich. Aber falls ihr wenig Platz habt und euch das reicht, ist das okay. Dafür ist es ja aber auch günstig. Es hat eher einen geringen Wirkungsgrad mit rund 89%. Das ist wirklich eher so auf der unteren Ebene. Und zudem haben wir das Problem mit der Einspeisesteckdose, die dabei ist, die unnötig ist und die von einem Elektriker wirklich installiert werden müsste. Das macht die ganze Sache einfach nochmal teurer. Und vermutlich ist das für viele Mieter und Mieterinnen ein echtes Problem. Und die Frage mit der Zertifizierung steht auch hier aus. Also wenn die fehlt, dann dürfte das Ding mit ziemlich hoher Sicherheit nicht anschließen. Also das ist halt irgendwie ziemlich blöd. Und wie gesagt, es kann sein, dass die irgendwie erfüllt ist, die es einfach nicht angegeben haben. Wir konnten sie auf jeden Fall nirgendwo finden. Ansonsten vielen Dank an Professor Krauter, der Uni Paderborn und auch an Herr Bentfeld, der die Tests meistens durchführt. Also ihr helft hier den Leuten wirklich enorm. Auch danke an Mike vom Kanal Fachwerke. Er hat ja schon ziemlich gutes Video zu den Balkonkraftwerken von diversen Discountern gemacht und auch auf unsere Kritik bezüglich der Netto- und Didelkraftwerke sofort reagiert und in Richtigstellung gebracht. Also hier sieht man einfach, dass Kanälen wie der Fachwerke halt letztlich der Verbraucherschutz an erster Stelle steht. Und das finde ich richtig geil. Also vielen Dank dafür, Mike. Gute Arbeit. Und bis dahin macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.